Hallo, ich bin Boris. Ich arbeite als Campaign Strategist bei TDCX. In diesem Video möchte ich Sie über unsere Positionen als Kundenspezialist informieren. Bei TDCX konzentrieren wir uns darauf, unsere Mitarbeiter glücklich zu machen, indem wir ein konkurrenzfähiges Gehalt, Schulungen, berufliche Wachstumspläne und viele andere Vorteile erbieten. Indem sie Teil unseres Teams sind, arbeiten sie von zu Hause aus, Gewinnflexibilität, Sparenzeit und auch Reisekosten. Sie werden in der Lage sein, mit Fachleuten aus der ganzen Welt in einem gesunden und kooperativen Umfeld zusammenzuarbeiten. Mit einem Team, das sich dafür einsetzt, dass sie sich wie zu Hause fühlen. Als Teil unseres europäischen Remote Teams helfen sie unseren Kunden, ihr Geschäft aufzubauen, indem sie ihnen einen erstklassigen Service bieten. Um bei uns einzusteigen, müssen sie Deutsch auf muttersprachlichem Niveau sprechen und ein hohes Niveau an Englischkenntnissen verfügen. Wenn Ihnen das alles zusagt, bewärmen Sie sich jetzt noch auf unserer Stellenbörse und Sie können Ihr Vorstellungsgespräch von zu Hause ausführen. Hoffentlich bis bald!